Hallo und willkommen zurück bei GTA 4, einer Runde Team Deathmatch auf dem Flughafen mit Hannel. Ja, das ist übrigens nur Deathmatch. Ach stimmt. Ich bin zu blöd. Ja man, ich krieg nichts geschissen. Hab ich ihn weggenarzt oder was? Kann ich doch nicht in den Nähe halten. Oh oh. Nein, weg! Oh man, jetzt komm ich da nicht durch oder was? Oder woraus? Oh, da kackt einer im Hefisch wiederum, ey, zum Kotzen. Mann! Ja, sauber. Bin besser als du. Ne, jetzt nicht mehr. Mann! Bin aber gerade eben voll oft verreckt. Ja, ich jetzt auch gerade. Ich muss mich erst mal wieder einigen. Hey ernsthaft, guck. Schon wieder mit dem gleichen Typ so einen Windfall gehabt. Haha. Hui. Zeig dich, los. Zeig dich, zeig dich. Oh, hockt er da oben drüben. Oh, dann kommt der von hinten, ey. Ich hole mir den Raketenwerfer da jetzt noch. Ich kacke hier gerade ab, ey. Das wäre geil, wenn man mit einem Raketenwerfer in die Luft schießen kann. Also einfach Stall in die Luft, der dann wie eine Granat wieder runterfliegt und dann beim Aufprall explodiert. Das wirst du geil finden. Joa. Genau. Oha. Oha. Das ist ja eine richtige krasse Suchtis hier. Glaub ich. Ja. Leute, die nur GTR spielen, so wie es aussieht. Da kacke ich im Gegensatz hinzu ab. Ha. Jetzt habe ich auch mal ihn gefällt. Ey, gepulverisiert. Ey, das gibt's nicht. Äh. Oh, ne. Der hat jetzt keinen Sniper mehr, oder? Komm, warum probierst du es? Jetzt. Endlich, ma. Juhu. Ich habe ja gar keine Raketenwerfer mehr und schon bin ich tot. Juhu. Ich war schlecht. Schlechtes Tor. Es wäre gut, wenn die einem wenigstens sagen würden, äh, oha, 414. Was denn? Was hast du gemacht? Ja. Bin abgekackt. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ne Runde. Aha. Noch ne Runde, ja. Und danach kommt eventuell noch was anderes. Was denn? Keine Ahnung. Freier Modus? Hm. Ich habe ne geile Idee, was wir mal wieder machen können. Oder was wir noch nie gemacht haben. Ein Rennen. Höh. Badum. Ja, aber können wir echt mal wieder machen. Da hab ich echt voll Bock drauf. Oh, komm, der kommt da jetzt ernsthaft nicht hoch. Komm jetzt. Geh da hoch. Kack hier nicht so rum hier. Ich wart weg. Maa. Hey. Du bist ja echt nix geschissen. Oh oh. What the fuck? 허� Silicon Valley chopper? Nein, spring doch nicht runter! Wo war der? Das kann nicht sein! Hat er mich durch die Haus... Durchs Haus durchgekillt, oder was? Oh, da war's! Oh, der fährt weg! Kack mir, da kommt ja nicht so... Der meint, der will mich hier töten, ne? Boah, Glück gehabt! Komm, wir schnappen und testen eine AK und dann machen wir alle fertig! Ich mein, ein M4 ist das! Ich glaub, da pimmelt einer da oben so schwul aufm Haus rum! Kann nicht sein, da ist der doch gar nicht! Von wo hat der mich jetzt abgeknallt vorher? Versteh ich nicht! Ja, ja, jetzt ja! Hey, das kann doch wohl nicht wahr sein! Hat der mich auch noch abgeknallt, ey! Ach, scheiße! Ich mach jetzt mal einen auf Battlefield! Äh, jetzt komm ich hier nicht raus! Wo bin ich hier gespawnt, bitte? Ah, komm mal hoch! Ah, du machst nicht noch einen auf, ähm, Black Ops 2! Das ist das gleiche wie Battlefield! Hm, ich glaub, Black Ops 2 ist ein bisschen schlimmer, oder? Ähm, ne, nicht mal, also... Ja, what the fuck! Wo kommen die alle her? Aus welchen Arschlöchern kommen die immer rausgekrochen, ne? Oh, scheiße! Arschlöchern! Ich kriege ja! Ich muss nachfahren, du Affe! So, jetzt hab ich mal einen getötet! Wow, ich hab einen getötet! Wieso? Oder? Einen? Ja, einen! Nein, ein Sniper! Oho! Jetzt mal, wie reicht... Wie weit reicht denn dieses Ding? Hetze! Jetzt hab ich die Sniper-Doom-Note! Scheiße! Ja, da... Boah, da fliegt der mich mit dem Heli um! Schade, der war meilenweit daneben! Nein, verdammt, der war auch daneben! Nice! Ah, ich hab ihn nicht mehr gekriegt, ey! Ah, Fotze! So ein kleines Moment, schön mal! So! Nice! Na, die ist doch kacke! Nice! Ja, klar! Jetzt... Jetzt... ... geht's los! Ja, GTF, ich hab einen Kill! GTA 4 ist einfach... Oder GTA allgemein ist einfach voll kein Deathmatch-Spiel! Na, eher so'n Rennspiel! Ja, nee, komm, lass gleich mal wieder rausgehen, bevor ich hier nur durchdrehe! Ja, jetzt, wo ich grad gut bin! Ja, du kannst gern drinbleiben, dann... ...bereite ich schon mal alles vor! Okay! So, dann machen wir direkt jetzt ein... ...neues Spiel auf, dann... ...mh... ...freier Modus, weil auf... ...das Gefick hab ich jetzt echt keinen Bock! Hm! So! Spiel gestartet! Tust's John's dann einfach rein, wenn die Runde rum ist! Ich mein, wie der Name schon sagt, let's play together, spielt man ja nicht zusammen! Liberty City, Dauer unbegrenzt, Friendly Fire an... ... ob man es ihm nicht erlaubt, offenen alle Pickups einmal an! Kartensymbol alle, gern wird er gern sagen! Also, perfekt! Dann kann's ja mal losgehen, hier! GTA ist eher so ein... ...allgemein... ...oh, geil! Ich komm rein und find direkt schon Tourismus und Motorrad! Fett! Wahrscheinlich an der G500! Oder an 900! Juhu! Ich fahr Motorrad! Juhu! Hä? Ich bin... ...auf laufendes Spiel bei dir beitreten gegangen, und wo komm ich raus? Wieder in diesem Deathmatch-Spiel! Hä? ... ... Kann ich nicht nachschämen? Wieso kann ich nicht nachschämen? Wieso kann ich nicht nachschämen? Oh, ich hab so das Gefühl, ich krach Geld gegen die Wand! Ja, Aua! So, ich hab der Einladung geschickt! ... Mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee-mee! Boah! Knapp! Hui! Jetzt. Dann ist der Mr. Brainna-Wall-Bee! Kein, noch? Das ist schwierig, also... Wahrscheinlich wird er voll der geisteskranke Pädophile hinterher-joiner! Verdammt, er hat mich ertappt! Verdammt, er hat mich ertappt! Ja, oh, nice! Nice, 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 nice! Oh, toll! Ich will den Turismo und da kommen direkt erstmal Bullen nach! Scheiß auf! Ich klau das Auto trotzdem jetzt! Turismo ist geil! Was ist geil? Turismo! So, her! Ich fahr direkt mal hier lang, wo im Singleplayer-Spiel die Desert Eagle liegt. Ich glaub, die liegt im Multiplayer gar nicht da, aber egal. Scheiße! Das hatten wir in einer... Boah! Grad so geschafft, ey! Nice! Das musst du dir echt nur angucken, das sah richtig stylisch aus. Fass aussieht da noch recht gut aus. Dafür, dass ich am Steuer sitz. Scheiße! Das ist aber echt so, auch bei der Arbeit oder... Also gut, bei der Arbeit ist es noch nicht so, aber in der Schule zumindest, dass niemand mehr bei mir mitfahren will. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich gut Auto fahren kann oder so. Aber die meinen alle so, äh, fahr mal, mach mal langsam, äh! Weil's... und so hier, äh, und so, ne? Oh, ne? Einen! Aeker, ich muss mich reinfahren. Hu! Ich höre rein! Oh hier, komm mal. Das ist für mich rein! Barn! Oh shit! Oh mein Auto ist fast am Sack! Ich fahr mal, als blau hätte es da unten, war. Oh, geil So ein Scheiß Äh, ja, die Frage war ja hier vorhin, ne? Mit der Maus Ja Ja, was hast denn du für eine Maus? Also, seit zwei Stunden habe ich wieder die G9X Davor hatte ich für ein paar Tage die Rocket Kurva Plus Aber mit der bin ich nicht klar gekommen Rocket ist eine Maus, wollte ich mir auch holen Naja, jetzt komme ich endlich durch Was ist? Von Rocket wollte ich mir auch eine Maus holen Was für eine? Weiß ich noch nicht Da habe ich nun mal die Marke so erkundigt Die Kurva Plus, die fand ich jetzt nicht so prall Das ist so eine Maus für Rechts- und Linkshänder Die war ein Reinfall und die war viel zu winzig Oh Also, wenn ich mir überhaupt neues Gaming Equip kauf Dann wird es sowieso erstmal eine Weile dauern Und wenn, dann werde ich mal wahrscheinlich die Razor Lycosa holen Und dazu die Razor Taipan oder die Razor Imperator Aber da müssen halt auch erstmal 150 Euro auf die Seite Weil das ist natürlich auch wieder teures Zeug Nein, oh, Glück ab Wollte ich die Tür abfahren Danke Das hat aber nicht geklappt Ich habe dich auch gern Du kannst dich mal gern haben Ich glaube ich spinne Guck mal, da oben gibt es einen Durchgang Da können wir sicher durchfahren Naja Ja, und bei mir fährt da direkt ein Auto wieder vor Jetzt fahren wir so eine halbe Stunde im Kreis Ich häng fest Ernsthaft Du hast noch keinen Führerschein im echten Leben wahrscheinlich auch nicht, oder? Naja Okay Bei mir könnte man meinen, ich auch nicht So wie ich hier fahr Aber das echte Leben hat ja nichts mit dem Spiel zu tun Also merken Kinder im echten Leben niemals Menschen überfahren Da überleben die das nicht Ach ja, und abknallen wir auch nicht so gut Du hast dich grad weggeportet Stimmt doch gar nicht Ich fahr ja schon Ganz normal rum Oh, welcher Gedanke Nein Das hat mich gedreht Scheiße Aha Oh, was tust du? Mein Auto Boah, die Reflektionen auf dem Teil sehen so geil aus Hey, was tust du? Dein Auto Komm, lass mir mal die Reifen quietschen im Qualm Was mich überholt Marsch wieder Boah Genau die gleiche Scheiße Oh, man Fuck, ist zu leicht Stimmt eigentlich